Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jackie Chan, Sohn eines Fürsten, gerät zwischen die Fronten zweier rivalisierender Banden, des Clans der Killerbienen und des Clans der Blutregenmänner. Atemberaubende Stunts in der bekannten Jackie Chan Qualität machen diesen Film zu einem unbedingten Muss für alle Action-Fans. Ein Ausstattungsfilm der absoluten Spitzenklasse, der durch Jackie Chan die besondere Note erhält. Der neue Jackie Chan-Film, der auch die kritischsten Fans voll überzeugen wird. Kampf-Szenen voller Perfektion und Dramatik. Jackie Chan ist der Herausforderer. Jakobs und Dramatik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017